Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sehen wir uns eine etwas versteckte Funktion von DaVinci Resolve an, die sogenannten Shared Nodes. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sind in DaVinci Resolve 18.5 der Public Beta. Hier sind meine Szenen und die möchte ich jetzt Color Graden. Der klassische Weg wäre es jetzt, pro Szene ein entsprechendes Grade anzufertigen und das dann auf die anderen Szenen zu übertragen und anzupassen. Ich zeige euch heute einen kleinen Trick, der uns die Arbeit ein bisschen erleichtert. Nehmen wir an, wir wollen dieser Szene so einen kleinen Teal & Orange Look verleihen. Ich mache das ganz gern mit dem Color Warper und ziehe mir dabei die Werte so, dass sie für mich passen. Vorher, nachher. Das gefällt mir ganz gut. Wenn ich das jetzt auf den anderen Clip übertragen möchte, kann ich entweder den Clip hier markieren und kopieren, gehe in die neue Szene und füge ihn ein. Oder ich mache es auf die klassische Methode. Ich wähle mir den Zielclip an, drücke auf die mittlere Maustaste und habe es kopiert. Das kann ich auch mit mehreren Clips machen. So weit, so gut. Was aber, wenn dieser Clip schon gegradet ist? Sagen wir mal, da gibt es schon ein paar Anpassungen, zum Beispiel in der Belichtung. Gleiches hier. Es gibt aber schon Informationen, die da drauf ist. Wenn ich jetzt die Methode mit der mittleren Maustaste anwende, wird das komplette Color Grading ersetzt. Das wollen wir ja nicht. Okay, wir gehen zurück auf unseren Master Clip. Wir nennen den erstmal um. T&O für Teal & Orange. Und dann drücken wir die rechte Maustaste und wählen Save as Shared Node. Und jetzt sehe ich hier oben zwei Pfeilsymbole und ein Schloss. Das heißt, das Ganze ist jetzt gelockt. Jetzt gehe ich in einen anderen Clip. Rechte Maustaste. Add Node. Und habe hier unten meinen T&O Shared Node. Und wenn ich den jetzt drauflege, habe ich meine Farbkorrektur. Das gleiche machen wir bei dem Clip. Add Node. T&O Shared Node. Genau, das sieht man recht deutlich. Und wenn ich jetzt hergehe und den Original Clip bearbeiten möchte, nehme ich hier das Log Node raus. Und ich mache mal eine deutliche Anpassung. Ich fahre mal mit der Helligkeit zu mich rauf, gehe in den anderen Clip und habe die gleiche Anpassung dort. Zur Demonstration. Wieder dunkler. Wunderbar. Diese Shared Nodes funktionieren innerhalb eines Projektes. Und wenn ich mit den Shared Nodes als Presets arbeiten möchte, ich kann zum Beispiel da auch Latz reingeben oder verschiedene Effekte, und möchte die auf meiner kompletten Datenbasis zur Verfügung haben, gibt es einen kleinen Workaround. Ich speichere mir einen Shared Node in einem Power Bin. Dann mache ich den in einem neuen Projekt auf und weise ihn wieder einer Shared Node zu. Ist ein bisschen umständlich, aber funktioniert. Auf die Art und Weise kann ich mir eine schöne Bibliothek an Presets basteln, die ich schnell und einfach verwenden kann. Das waren sie. Shared Nodes. Probiert es mal aus. Kleines, aber super nützliches Feature. Shared Nodes gibt es schon seit einer ganzen Weile. Mindestens seit der Wincher Resolve 15. Ich selber habe es erst relativ spät entdeckt, nutze es aber sehr gerne. Viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Wenn du jetzt Lust auf mehr bekommen hast, schau gerne mal bei der Wolf Films Academy vorbei. Dort findest du den ultimativen Online-Kurs für Filmemacher. Von mir gibt es dort eine ganze Menge Material und zum Beispiel die brandneuen Kurse AI Filmmaking und Streaming Pro. Ich verlinke das Ganze mal in der Beschreibung. Bis bald. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns.